Du hast Lust, auch auf GrandRP zu spielen? Dann registriere dich über den ersten Link in der Beschreibung. Gibt euren Namen ein, wie ihr auf dem Server heißen wollt. Hier kannst du dann auch direkt den GrandRP Launcher herunterladen und schon kannst du einen der deutschen Server beitreten und spielen. Viel Spaß! Junge, soll ich dir mal was sagen, du kleiner W****, du H****, soll ich dir mal was sagen? Ich, mein Lieber, darf alles. Ich darf alles. Jut, sie sind vor euch festgenommen. Sie haben recht zu schweigen, alles, was sie sagen kann und so vorgerichtet. Du weißt schon, wer ich bin. Du weißt schon, wer ich bin, du H***. Wenn du einen Rechtsanwalt haben, kann hier einer gestellt werden. Die Falltreten kann noch länger als 25 Minuten dauern. Haben sie die Rechte verstanden? Pass mal auf, du kleiner W****, ja? Ist ja... Äh, Tat... Äh, glaubt ihr, Herr M.G., Tatverdacht, Empörung, laut ihrer Beschreibung ihres Fahrzeugs. Dann war ich verpflichtet, sie festzunehmen. Aber, Sir, ich habe mich doch hier unten angemeldet, ganz normal mit meinem Dienstausweis. Hey! Was ist das hier am Boden? Die Flasche, auf die du dich hinsetzt. Sorry, da ist sogar eine gebrochen, ja. Wo? Ja, da liegste. VDM, VDM, ist mein Hobby. Auch von allen händem ich keine Rücksicht. Wo greif ich? Warte, jetzt, ich mach's schon, ich mach's schon. Da, mit dem Ellmuskel. Passt. So, ich steig schon mal ein. Wieso sitz ich eigentlich hinten? Warte jetzt kurz, ich sitz nicht dort, wo ich sitzen wollt. Könnt ihr bitte vom Pilotensessel runter, gell? Weil ich schwebe. Okay, Leute, dann machen wir's anders. Steigt's alle ein, wir fliegen einfach so. Es ist halt ein bisschen suspekt, weil es ist halt einfach kein Flieger noch. Wie hält man an? Wie hält man an? Wie hält man an? Wie kann ich auch helfen? Wie kann ich auch helfen? Oh mein Gott, ich kann nicht auch helfen. Leute, wir haben einen Schaden. Wie halb ich ihn eigentlich auch? Ah. Ich würde niemals auf die Erde fahren. Ich würde niemals auf die Erde fahren, wenn ich mich hier verlaufe. Oha. Hä? Was war denn das jetzt? Ente, Torino, dein Mörder. Ey, 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 keine bösen Wörter hier. Wie, ist das eine böse Beleidigung? Hast du aufgemacht heute? Bitte? Nichts. Gesundheit. Oh, fuck. Ey, tut mir leid, das ist echt keine Absicht. Also, ich hab ein Monster gesehen. Sorry. Mann. So, so, Lenners. Ehe, morgen haben wir. Gehen wir's an. Ah, jetzt häng ich aber da herrin fest. Super. Wer hat das Absperrbandl da hinten? Tut's das weg? Ihr Arsch kommt auf meine Liste. Tut's das Absperrbandl weg? Ich komm nicht weg. Danke. So, Kinder. Gehen wir's an. Ich hab keinen Bock mehr. Gehen wir zum Mäcki. Schöne Zeit, Mann. Daugschweig, Christoph. Tschö. So, wo sind unsere Arters? Oha, was macht ihr da? Oha, wir haben hier einen Gamer. Dann, äh, gucken wir uns mal an. Ich kann nicht schießen. Digger, es legt. Es legt, was ist das? Ja, schreien wir nicht. Digger. Warum legt der Server so scheiße? Digger. Ich mach die Türen auf. Ich mach die Türen auf. Ich mach die Türen auf. Wir können das auch mit Geisel. Ja, ich mach die Türen auf. Alles gut, ich schmeiß aber trotzdem. Ja, ich schmeiß deine Autos. Das ist frischer, sachtiger, süßer Content. Einmal aufhören. Oh, ja, ja, das ist ja richtig schmett. Ich verstehe nicht. Ja, das werde ich fliegen. Maxi, nimm mal das Auto und hol die Türen aus. Digga, die rennt schon weg. Das war so der klassische Fall von RDM, ne? Steffen, man geht, mein Bester, was geht? Digga, hier werden die Leute überfahren. Komm, der macht die RDM ohne Ende. Gut, da mach dich doch ab, du Fonze. Verpisst dich von hier. Wer hat dich geschlagen, Digga? Wer hat dich geschlagen? 2, 7, 7, 0, 8. So, mein Freund. Jo, viel Spaß. Wenn ich das überlebe, nicht überleben sollte, hab dich lieb. Ja, nein. Ich glaube, das wäre dann das zweite Verfahren wegen betreten militärischer Sperr-Zur, den bin ich mich recht entsinne. Was für ein zweites Verfahren, Sir? Naja, ich hab da so ne Ahnung. Was denn für ne Ahnung? Sie wissen doch gar nicht, wer ich bin. Was reden Sie denn für ein Scheiß, Herr Nikolaus? Scheißen Sie bitte jetzt nicht rein, okay? Halten Sie einfach die Schnauze. Sie scheißen schon wieder rein gerade. Ja, glaube ich. Ja, natürlich. Sie erkennen mich durch ne Maske und denken, was für ein Verfahren denn? Wer bin ich denn überhaupt? Wer bin ich denn? Sie sind irgendeine Frau, aber ja jetzt gerade behauptet, dass ich vom FAB bin. Sie sind so schlecht, Herr Nikolaus. Bitte einfach Schnauze halten, ja? Bitte. Bitte. Oh mein Gott. Bitte. Ich möchte nicht, dass die Schwierigkeiten bekommen. Vergesst nie bereit. Wir waren aus der Hauptstadt. Sing mit! Da ist in jedem Straßenegg irgendeine Schicht oder blöde Erinnerung versteckt. Der ist nicht motiviert. Und man kennt alle Gauner. Alle Gauner, alle Tricks. Weiter kann ich das Lied nicht. Singen Sie mit. Hören Sie mich? Hallo. Hallo. Nicht die Liebe, die verletzt, ja? Das fasst nur alles du immer, ey. Nur weil du nicht weißt, wie man richtig lebt, hast du mich verletzt, ja? Nicht die Liebe, die verletzt, ja? Das fasst nur alles du immer, ey. Nur weil du nicht weißt, wie man richtig lebt, hast du mich verletzt, ja? Eine. easier eine K co